es wird dann die nahrung langsam knapp also die nehme ich natürlich mit das ist ja logisch die brauche ich nicht die brauche ich nicht also sicher zum aufhängen machen wir das war alles weg hier das weg ja die legen auch mal wieder rein wie schaut es eigentlich hinten mit den tomatoes aus ich sehe es doch schon die brauchen wir nämlich auch unbedingt für für pizza nein wirst du wohl aufhören das zu fressen ja ja kuckuck jetzt reicht's pizza schweinehack okay ist die frage ob wir das dann da haben oder nicht ab ins schlafzimmer beziehungsweise eigentlich kann ich was so glas und gut egal schnell mal schlafen haben wir das auch geschafft so ich park euch mal hier oben so ähm glas und so ja gut wir kriegen nur eine raus wir brauchen natürlich zwei glaube ich für sicher gibt es einen ein und ein ausgang der ist ja dann hier fürs büro naja was hat das mit dem haben wir wir haben echt nur so wenig schwein wie mache ich den ähm huch äh speiseöl salz fester tofu mehl zucker haben wir da noch brot sehr gut ziehen wir uns das derweil mal rein wir brauchen zucker lässt sich einrichten glaube ich das wächst eh ganz brav da hinten und so da hinten nur nichts verschwenden ne da ist auch noch was so zack zucker zucker das kriegen wir schon alles hin 64 und 32 ach so fester tofu salz speiseöl ich hoffe wir haben noch so viel übrig fester tofu 64 dann noch 32 so 12 davon brauchen wir also das zucker ähm so so äh mehl achso erstmal gucken wie schaut's hier aus 1 2 3 4 5 oh das war's schon mit dem speiseöl achso hey so okay 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 die verfeinert man dann mit passt zucker hammer beides nicht glaube ich zwiebeln und so schauen wir mal ähm brotteig und mehl so was was ist so und die bug form äh das ist äh schon wieder ein bisschen kompliziert oder oder die rührschüssel genau die brauchen wir das müsste hier sein oder ne das ist die bug form super so weg damit weg damit so mhm 64 mhm und nochmal salz passt so das müssen wir jetzt auch hinkriegen ne das hackbrett 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 wie auch immer ach komm nein so zack hm so mehr kann ich da nicht stapeln zucker gib ihm äh äh speiseöl und walt das kriegen wir hin ist ein bisschen viel gerade ne kann das sein so 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 aber den rest können wir ja gott sei dank einlagern so äh zucker zucker zack n n n n n weg damit okay wir haben jetzt echt viel das wird nicht reichen das sind immer nur welche gehen wir mal schnell rüber beziehungsweise ja gut wir haben nicht so viele tomaten wo haben wir hier das tofu graffi wir haben nicht mal mehr platz alter läuft naja dann haben wir hier eh noch welche tomaten so hätte ich auf hoch von unten mitnehmen können aber wenn wir da überhaupt welche haben das ist ja die nächste frage so 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 9 was brauchen wir noch käse soja milch und salz okay ich brauche oben eine backtruhe glaube ich jetzt jetzt wird es dann wird es dann ein bisschen kritisch und äh na warte wir haben ja eh soja haben wir noch storage drawer irgendwo rumfliegen beziehungsweise ich gehe jetzt einfach mal rüber soja ist da noch was drin dann kommst du mit dann starten wir mal die pizza produktion dann muss noch ein bild dran definitiv ähm so mhm packen wir dich erstmal dahin da haben wir alles ja ja geht sich hier nicht aus oder auch geht sich hier aus so Käse was brauche ich für den den Topf okay dann nehme ich den mal gleich mit Topf und dann werden wir mal Haufen weiße Käse produzieren dann nehme ich doch mal alles raus zack passt was mehr salz haben wir nicht oder was geht auch so okay das haben wir ja gleich eine Wassermaschine haben wir ja Gott sei Dank so Käse geht da hin so bam kommen wir gleich wieder auffüllen uhuhuhuhuhu das läuft und zwar richtig gut so okay ein bisschen Salz muss ich eh mit hochnehmen ähm ich will diese Storage Drawers haben Storrage achso Schubfach Mangrove also die kann ich ja wieder nur aus Holz machen mhm ja gut ich meine im Grunde können wir die acht Stapel pro Schubfach Slabs und Kisten aus Weiche weil dann können wir die Sachen natürlich was haben wir hier Fichte Eiche so weißt was sechs Stück brauchen wir eh dann zack wo sind die da nur zwei wirklich achso wir haben nicht genug Slabs wir haben ja aha so und so dann haben wir hier sechs passt perfekt ihr kommt dann da unten rein weil der gefehlt so na gut das kann ich jetzt nicht mitnehmen Wasser auch nicht das heißt ja Essen und die Küche äh gleichzeitig hau rein brauchen dann natürlich noch hier die äh Erweiterung damit wir ein bisschen mehr Platz haben ist aber auch schon wieder bösartige Musi hier unterwegs so beziehungsweise dich mach ich mal weg weil da möchte ich eine Dunstabzugshaube haben aber wir haben ja noch einen und dann zack ah hier ist es eh an ja dann ähm ist schon voll geil Pizza haben wir hier alles zack dich nehmen wir da mal raus dann dich brauche ich da brauche ich die Bugform ok Top weg Bugform ja würde ich sagen äh das war die so ich brauche mal gar nicht mehr Broteig Speckkäse oh das war nicht gut so ähm so 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 die Nase bringt mich noch um jedes Mal beim Aufnehmen jedes Mal zack ok heißt äh puh erst mal knallert das Ding da voll glaube ich so muss das aussehen so herrlich zack Käse Speck du he archives l äh ja äh 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 du erzählen äh